hallo und herzlich willkommen zum ersten video vom adventskalender durch den öffnen 2020 zur bedauern gibt es dass es nur zwei adventskalender gibt einmal von nidl und einmal den habe ich aus dem riebe und zwar schon beide im oktober geholt und mir ist leider ein kleines malheur noch passiert deshalb würde mir das jetzt hier besser angucken und ich erspare euch den blick am kinn das ich da genäht wurde das gehört hier jetzt nicht hin also türchen nummer 1 von nidl adventskalender ist der stern von friedl von hirn und herzlich willkommen nochmals wenn der speicher auch voll ist ich habe die karte nicht reingelegt der stern kam beim nidl adventskalender und ein schaubelpferd beim friedl adventskalender von hirn von hirn von hirn von hirn von hirn Vielen Dank.